In One Piece Kapitel 983 wird Yamato, der Sohn von Kaido, zum ersten Mal gezeigt. Er trägt eine Maske und er tut etwas, was viele bereits vor seinem ersten Auftritt spekuliert hatten. Yamato attackiert Ulti, ein Mitglied der Flying Six, welche Ruffy in ihrer Zoan-Form festhält. Ulti geht K.O., Yamato schnappt sich Ruffy, flüchtet mit diesem und verkündet, dass er lange bereits auf Ruffy gewartet hatte. Damit endet das Kapitel. Alles schön und gut, wenn dann nicht wieder unzählige absurde One Piece Theorien rund um die wahre Identität von Yamato kursieren würden. Eine der Theorien, die sich seit letzter Woche am meisten verbreitet hat, ist die Tatsache, dass Yamato angeblich der verstorbene Kozuki Oden sein soll. In dieser Folge von Theorien Buster widme ich mich der Yamato ist Oden Theorie. Diese Theorie hat in der englischsprachigen als auch in der deutschsprachigen One Piece Community sehr viel Anklang gefunden. In diesem Video schauen wir uns einmal die Argumente für die Yamato ist Oden Theorie an. Dann werde ich euch erläutern, warum diese Theorie sehr wenig Sinn ergibt und anschließend widmen wir uns einigen plausibleren Ansätzen rund um die wahre Motivation von Yamato und seiner Verbindung zu Monkey D. Ruffy. Doch bevor wir mit dem Video starten, wie immer die Bitte, wenn dir dieses Video gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und abonnier diesen Kanal für wöchentlich neue One Piece Videos. Die Yamato ist Oden Theorie beschäftigt sich primär mit den optischen Ähnlichkeiten dieser beiden Charaktere. Wenn man sich Yamato und Oden anschaut, dann werden zwei primäre optische Ähnlichkeiten deutlich. Die beiden haben zu einem Zeitpunkt in der Handlung Ketten an den Handgelenken getragen und die beiden Charaktere haben an ihren Kimonos jeweils Schleifen. Diese Schleifen heißen Nio Dazuke und werden oft in Kabuki Theatern genutzt, um starke Charaktere zu repräsentieren. Da sich der Wano Kuni Arc acttechnisch an einem Kabuki Theater anlehnt, macht es natürlich Sinn, dass einige Charaktere in diesem Arc Design-Elemente aus einem Kabuki Theater übernehmen. So ist zum Beispiel der Charakter Kanjuro einem typischen Kabuki Theater-Schauspieler nachempfunden. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, welche weiteren Argumente es gibt, die dafür sprechen, dass Yamato, der Sohn von Kaido, in Wirklichkeit Kozuki Oden ist. Leider muss ich euch enttäuschen, denn da enden die Ähnlichkeiten der beiden schon. Es gibt kein weiteres Indiz, das dafür spricht, dass Yamato Kozuki Oden sein soll. Wenn wir uns diese optischen Ähnlichkeiten wegdenken und einfach mal aus der Perspektive der Narrative nachdenken, dann merken wir ganz schnell, dass diese Theorie leider wenig Hand und Fuß hat. Kozuki Oden, der Vater von Momonosuke und Hiyori, ist vor 20 Jahren verstorben und vor seinem Tod war er ein Mitglied der Whitebeard-Piratenbande. Oden war außerdem mit der Roger-Piratenbande unterwegs, er hat für den Piratenkönig Goldie Roger die Pony Glypher entziffert und gemeinsam mit Roger und Co. das One Piece of Love Tale gefunden. Oden wurde nach seiner Rückkehr in Wano Kuni jedoch kaltblütig von Kaido und Orochi ermordet, nachdem er seine Retainer für eine Stunde vor dem brennenden Öl beschützt hat. Oden stirbt mit einem Lachen, so ähnlich wie es die D-Träger in One Piece tun. Die Retainer von Oden übernehmen daraufhin den letzten Wunsch von ihm, sie möchten eines Tages die Grenzen von Wano Kuni öffnen. Der Tod von Kozuki Oden ist der Katalysator für den ganzen Handlungsstrang des Wano Kuni-Arks. Kinemon und Co. haben den Traum von Oden geerbt und versuchen diesen zu realisieren. Wie vielleicht einige vergessen haben, in Flashbacks von One Piece sterben Charaktere. Oft handelt es sich dabei um die Protagonisten des Flashbacks oder aber um wichtige Charaktere des Protagonisten. Oden ist gestorben, damit seine Retainer mehr Zeit bekommen, um seinen Traum zu realisieren. Genauso wie Roger gestorben ist, um das Piratenzeitalter zu starten, damit jemand, der mehr Zeit hat als er, das One Piece finden kann. Wenn Oden auf einmal wieder am Leben wäre, dann würde der ganze Handlungsstrang auf Wano Kuni seine Wichtigkeit verlieren. Yamato kann aus einer narrativen Perspektive einfach nicht Oden sein. Ich würde sogar behaupten, dass es zeitlich einfach keinen Sinn ergeben würde. Oden ist im Alter von 39 Jahren verstorben, das heißt zum aktuellen Zeitpunkt der Handlung wäre Oden 59 Jahre alt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kaido einen 59-jährigen Sohn hat. Vergleichen wir das einfach mal mit der Big Mom Piratenbande. Big Mom ist 68 Jahre alt und ihr ältestes Kind, Charlotte Perospero, ist 50 Jahre alt. Spätestens da merkt man, wie wenig Sinn diese Theorie eigentlich macht. Kommen wir aber nun zu einigen plausiblen Spekulationen rund um Yamato. In der zweiten Hälfte dieses Videos möchte ich mich gerne einigen Vermutungen widmen, die sich mit der Motivation von Yamato beschäftigt und die erklären würden, warum dieser vorhat, Ruffy zu helfen. Yamato wird in Kapitel 977 zum ersten Mal erwähnt. Kaido wundert sich in diesem Kapitel, ob sein Sohn wieder verschwunden ist. In Kapitel 979 wird der Name von Yamato zum ersten Mal offenbart. Kaido gibt den Flying Six daraufhin den Auftrag, seinen Sohn Yamato zu finden. Wenn ihm das gelingen sollte, dürfen sie einen der Allstars um ihren Posten herausfordern. Who's Who hat sich bisher als einziges bekanntes Mitglied der Flying Six aktiv auf die Suche nach Yamato gemacht. Mit Kapitel 983 hat Yamato seinen ersten Auftritt im Manga. Es gibt aber bereits die Vermutung, dass er sich in Kapitel 979 in einem Gebüsch versteckt hat und die Strohhutbande nach ihrer Ankunft auf Onigashima belauscht hat. Yamato hat sich während des Feuerfestivals vor seinem Vater und seiner Bande versteckt. Außerdem unterstützt er aktiv Monkey D. Ruffy, den größten Gegner von Kaido, und er hat Ulti, ein Mitglied der Flying Six, besiegt. Diese Taten implizieren, dass Yamato seinem Vater und der Beast-Piratenbande nicht friedlich gesinnt ist und dass ihr Erfolg nicht gleich sein Erfolg ist. Yamato scheint physisch außerdem sehr stark zu sein. Er kann es mit einem Mitglied der Flying Six aufnehmen. Seine Waffe of Choice ist eine Keule, ähnlich wie die von Kaido, nur in einer deutlich dünneren Version. Seine Keule ähnelt vom Design her einem Baseballschläger mit Spikes. Nun stellt sich die Frage, woher kennt Yamato Ruffy und warum hat er so lange auf ihn gewartet? Zu dieser Fragestellung gibt es aktuell zwei beliebte Ansätze, die ich euch nun näher erläutern möchte. Der erste Ansatz hat sogar etwas mit Kozuki Oden zu tun, aber nicht in der Form, dass es sich bei Yamato um Oden handelt. Es wird spekuliert, dass Yamato den Willen von Kozuki Oden geerbt hat und laut dieser Vermutung scheint Yamato Kozuki Oden zumindest äußerlich gekannt zu haben. Je nachdem, wie alt Yamato ist, könnte dies sogar möglich sein. Eventuell ist Yamato ja sogar 28 Jahre alt, dann wäre er zumindest im selben Jahr wie Momonosuke auf die Welt gekommen. Falls Yamato älter als 20 Jahre ist, dann hätte er Kozuki Oden während seiner Zeit auf Wano Kuni treffen können. Wir wissen, dass Oden für fünf Jahre in Wano Kuni halbnackt getanzt hat, um die Schuld seiner Vorfahren zu begleichen. Könnte es also sein, dass Yamato von Odens Opferbereitschaft für sein Volk, aber auch von seiner Reiselust fasziniert war und sich dazu entschlossen hat, den Willen von Oden weiterzuführen. Es würde die optischen Ähnlichkeiten zu Oden erklären und gleichzeitig würde es für die Handlung natürlich ein interessantes Storypotenzial bieten. Der Sohn von Kaido nimmt sich einen von Kaidos Gegnern zum Vorbild. Nicht nur irgendeinen Gegner, sondern Oden, den Mann, der Kaido eine Wunde zugefügt hat. Dies wäre auch eine sehr nette Parallele zu Podcast The Ace, der zwar biologisch der Sohn von Goldie Roger war, aber von dessen Rivalen Edward Newgate als Sohn aufgezogen wurde. In One Piece sind Familie und Freundschaft ein sehr zentrales Thema, aber nicht in der klassischen Definition. Blutsverwandtschaften haben damit selten etwas zu tun, sondern in One Piece ist man ein Nakama oder ein Mitglied der Familie, wenn man füreinander sorgt. Falls sich Yamato ein Vorbild an Oden genommen hat, dann würde es auch erklären, warum er Ruffy und de facto auch der Allianz auf Onigashima hilft. Der zweite Ansatz, woher Yamato Ruffy kennt und warum er sich dazu entschlossen hat, diesem zu helfen, hat etwas mit Ruffys verstorbenem Bruder Ace zu tun. Wir wissen, dass Ace vor ungefähr fünf Jahren, noch bevor er der Whitebeard-Piratenbande beigetreten ist, auf Wano Kuni im Amigasa-Dorf gestrandet ist. Ace hat sich mit den Einwohnern von Amigasa angefreundet, nachdem er von ihnen Verpflegung erhalten hat. Während dieser Zeit hat er gelernt, Amigasa-Hüte zu flechten und einen dieser Hüte hat er zum Beispiel für Ost Junior erstellt. Ace hat sich mit Tama angefreundet und ihr versprochen, dass er sie bei seinem nächsten Besuch nach Wano Kuni mit auf See nehmen wird. Ace ist während der Gipfelschlacht leider verstorben und konnte sein Versprechen leider nicht halten. Ruffy hat Tama während seiner Zeit in Wano Kuni auch kennengelernt. Er hat sie beschützt, ihr Essen besorgt und ihr versprochen, dass wenn er Wano Kuni verlässt, sie jeden Tag genug Nahrung haben wird. Ruffy hat ihr auch erzählt, dass Ace verstorben ist, aber dass er sein Bruder war, hat er ihr verschwiegen. Die zweite Vermutung ist also, dass Yamato vielleicht auch auf Ace getroffen ist und sich mit diesem angefreundet hat. Yamato hätte von Ace über Ruffy erfahren können und nach der Abreise von Ace hat sich Yamato dann über die weiteren Geschehnisse von Ace informiert, aber auch über Ruffy, nachdem dieser seine Reise vor zwei Jahren angefangen hat. Ich persönlich vermute, dass Yamato den Willen von Kozuki Oden geerbt hat. Es würde thematisch sehr gut in die Handlung passen und es würde dem Kaiser Kaido mehr Tiefe geben. Sein eigenes Fleisch und Blut verehrt den Mann, durch den er seine größte Niederlage erleben musste. Selbst nach dem Tod von Oden lebt der Wille von Oden in den Menschen um ihn herum weiter. Der Ansatz mit Ace ist auch sehr interessant, nur gibt es bei diesem Ansatz keine wirklichen Indizien. Wir wissen zwar, dass Ace nach Wano Kuni gereist ist, aber wir wissen nicht, wie lange er dort geblieben ist und ob Ace überhaupt das Amigasa-Dorf bzw. Kuri verlassen hat. Von dem zeitlichen Aspekt würde es jedoch passen und daher sollte man diese Vermutung auch vorerst nicht ausschließen. Ich bin weiterhin gespannt, was Oden mit Yamato geplant hat und welche Rolle er im Krieg auf Onigashima spielen wird. Das war's dann mit dieser Folge von Theorienbuster, schreib mir deine Gedanken rund um Yamato gerne in die Kommentare. Es würde mich echt interessieren, wie du zu dem Sohn von Kaido stehst. Wie schon oft erwähnt, deine Interaktion mit dem Video helfen dem Kanal enorm weiter, denn je mehr von euch mit dem Video interagieren, desto mehr pusht der ominöse YouTube-Algorithmus dieses Video. Abschließend möchte ich noch vielen Dank an unsere Patreons Dominik Braunseis, Beat Rentsch, Marco Teckert, Nils Otte, Fuselwind und Nils Berelsmann aussprechen. Vielen Dank für euren Support und falls auch ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das gerne über die Seite patreon.com slash romansdusk tun. Ab sofort bieten wir jedem von euch die ersten 10 Minuten der neuesten Off-Topic-Talk-Folge an. Dafür müsst ihr lediglich auf den kleinen i-Punkt klicken und ihr könnt die ersten 10 Minuten kostenlos hören. Für unsere Patreons bieten wir neben Off-Topic-Talk noch ein monatliches Update-Video an, in dem ich euch die Content-Strategie, die Social Media Analytics sowie die Einnahmen von Romansdusk präsentiere. Wenn ihr ein Teil der Patreon-Family werden möchtet, dann besucht einfach die Seite patreon.com slash romansdusk. Das Ganze beginnt schon ab einem Dollar, also weniger als einem Euro. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Take care, ciao.